servus leute willkommen zurück zu marisas und alice job tower guck nur kurz mal rein ich habe vier ok ich habe ja welche taste war es gut hier habe ich alles das heißt jetzt gehen wir ich wollte lesen verdammt ich bin auf den knopf gekommen was ist das haus gehe ich jetzt mit alice dran also da kommt vier haus super Hä? Moment, wo war denn das jetzt bei Alice? Da. Na, ich bin gesprungen. Natürlich genau jetzt. Schnell, Alice. Okay, da. Nein! Ich weiß nicht warum, aber das fand ich irgendwie lustig. Was ich allerdings nicht so lustig fand, waren die Kommentare, die ich heute gelesen habe. Ich bin mit der falschen Figur gesprungen. Hm. Also nicht die Kommentare unter Meistens in der Strap Tower, sondern die Kommentare unter Megaman 11. Megaman 11. Äh. Hä? So, automatisch oder wie? Ah. Kommentar unter Megaman 11 habe ich nicht so geil gefunden heute, weil sich jeder anplärt von wegen, wie ich wann drauf bin und warum ich so garstig war. Und im Ernst, solche Kommentare, auf die könnte ich gut und gern verzichten, weil die einfach... Sorry, aber die sind scheiße. Ähm. Nein! Woa, woa, woa! Moment mal. Ähm. Okay. Ich glaube Marissa muss rechts sein. Und Elle ist links. Deswegen war auch dieses Loch da in der Mitte. ich bin doch dumm ja jedenfalls das schöne ist es ist wochend jetzt noch nicht ganz wochen das ist immer freitag aber jetzt warte ich aber ich werde die zeit nutzen um aufzunehmen weil eventuell möchte ich auch super mario sunshine jetzt mal starten so jetzt seid ihr zwar nicht richtig aber dass man kurz vor ende die beiden auch noch tauschen muss nein ich hätte meine puppe vor schicken sollen was habe ich gerade getan ganz dumm gewesen gerade von mir vielleicht kann ich es noch retten hier war das loch verdammt jetzt warte ich ist an sich gar nicht so schwer der designer boss aus megaman 11 der wahnsinnig auch nicht so schwer aber jetzt das loch mal ist das steht richtig jetzt kommen wir zu elvis hier kannst du gehen schnell gut alle bücher ja rallye 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 schild falls ich es richtig gelesen habe die dunklen ist das ziel ist er falsch hat er jetzt wahrscheinlich versaut auch die aber auch da die hier die ich die 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 Bitte? Hm. Ähm. Doch, ok, ok, aber ich muss weiter überlegen. Ich muss... Ja, es geht nicht. So schnell bin ich nicht. Ok, dann wechseln wir mal die Seite. Vielleicht, weil Marissa mit dem Besen rüberfliegen kann. Vielleicht ergibt es mehr Sinn. Ja! Ah! Irgendwie hat es mehr Sinn ergeben. Marissa kommt aber... Moment, vielleicht doch. Was zum... Oh! Ich dachte schon. Oh! Ja! Jetzt muss ich hier lösen. Ich muss töten. Ähm. Ich muss nachdenken. Okay, die drei Kisten, die sind easy. Gut. Ähm. Ähm. Ja. Jetzt sollte ich jetzt Platz tauschen. Ops. Es wird da oben in den Skarnix. Hm. Vielleicht müsst ihr beide da sein. Okay. Scheiße. Rennen! Ähm. Ähm. Was? Ich komme ja da gar nicht hoch. Ja. Vielleicht. Ah. Alice kommt nicht hinterher. Ach so. Ja. 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 Okay. Konzentration. Zu früh! Scheiß. Dreck. Wer ist das? Oh, ist das schwer. Naja, gut, nicht schwer, aber... Wann habe ich das gemacht? Egal. Muss ich hier nochmal hoch. Boah. Ja. Ich muss immer wieder überlegen, wie ich denn jetzt am besten vorgehe. Ja. Das war knapp. Ja, Alice ist jetzt da oben. So. Oh. Also ne, Alice wartet. Wo wartet sie denn die Gute? Wo wartet sie denn die Gute? Ah. Zack. Zack. Ja. Ja. Das war glaube ich blöd. Ach so. Ich kann den Rhythmus von den Dingern ändern, aber... Oh Gott, habe ich das jetzt eklig gemacht. Millimeterarbeit. Oh Gott. Ja. Okay. Oh, ist das schwer. Ja. Übel. Richtig übel. Scheißdreck. Ich habe es schon wieder getan. Egal. Bei dieses Spiel setzt man hier irgendwie aus, weil zu viel Gehitze und auf einmal gebraucht werden. Oh. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss das rote Ding aktivieren und dann erst zur Leiter. Jetzt. Ich würde so mal gerne in diesem Spiel sehen. Das wäre was. So. Jetzt muss ich... Ja. Das blaue aktiviere ich noch mal. So. Leise wird schon da bleiben. Hmm. 2. Kennt ich nicht theoretisch... Okay, jetzt könnte ich die Neuner. Okay. Ah. Moment, habe ich es ansonsten nicht auch immer so gemacht. Ich weiß gerade nicht, ich habe gerade eben den Fehler. So wie heute beim Kommissionieren. Ja, ich habe heute tatsächlich kommissioniert. Da war auch, musste ich die Gasteiner, musste ich still und prickelnd kommissionieren und habe erstmal die halbe Halle durchquert, mehrfach. Und was ist, in Wirklichkeit standen sie genau vor meiner Nase, die ganze Zeit. Und ich habe gerade mit Alice einen doofen Fehler gemacht. Nein! Ja, super. Oh! Einen dummen Fehler nach dem anderen blicke ich hier. Die ersten drei Blücher sind ja kein Problem. Warum habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe jetzt einen blöden Fehler gemacht vor allem. Scheiß, Dreck! Uah! Du bist jetzt oben und weiter. Du kommst ja rüber, aber. Das da ist wichtig. Das ist doch nicht wahr, dieses Spiel führt mich vor. Das da, und das da, und das da, so. Wow, ich hab's geschafft! Jetzt hab ich ein blöder Fehler. Ja, vor allem, weil Alice jetzt... Moment, zack. Ja, mit Alice schon mal hier in Position, vielleicht theoretisch auch mit Marissa. Ich hab's mir schon wieder nicht gemerkt, ich muss das linke aktivieren, nicht das rechte! Oh! Blöder Trottel! Ich hoffe, jetzt werde ich's mir merken, dass ich den linken Schalter aktivieren muss, nicht den rechten! Wenn ich dann wieder da bin! Eilung! So! Nein! Egal, scheiß drauf! Oh, Moment mal! Na, zack! Ah, Alice muss auch auf! Hätte sie nicht gemusst! Hm! So! Diesmal merken, dass Linke berühren! Das Linke! Genau! Zack! Haha! Was für ein widerliches Muster grad! Die Schalter Sie die in Schalter! Das ist ein làmmel ни, Sie sagen! Wie spekt! Die Schalter. Das ist einiger Grund! Sie sagen, ich habe sie übermelten. Und jetzt hat er eine hohe, die Schalter nicht entdeckt. Ich kann nur das so gut sein, ich habe ihn vielleicht nicht zuVI. Und das ist nicht so gut. Was ist das? Wenn ich mich war überlaufen, alles ist ein Problem, der Schalter nicht so gut! Das ist heute nicht so gut. Ich habe mich übermelde. Ich habe dann in der K々l- und als die Schalter, die ich aber auch die Dore. ganz gut, weil ich mir wäre. Ah, danke! Nein, ein Buch fehlt! Scheiße! Nein, ein Buch fehlt. Wo war denn das? Ich guck nur schnell. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist das letzte Buch? Moment mal. Eins, zwei, drei. Ach so. Eins, zwei, drei, vier. Ganz oben ist eins. Ihr wollt mich doch verarschen. Na gut, das machen wir beim nächsten Mal. Ach so. Oh cool, ich kann mir ein Map auch so angucken. Okay. Da oben! Nein! Gut, das versuchen wir beim nächsten Mal. Das war Marisa Sandeles Chop Tower. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020